Was hast du da? Das ist dein Buch. Scrollst du darin? Nein, ich blättere um. Das ist dein Buch. Kann man damit rumlaufen? Nein. Das ist dein Buch. Kann es twittern? Nein. Kann es simsen? Hat es Wi-Fi? Braucht es ein Passwort? Nein. Kann es das hier? Nein. Das ist dein Buch. Gibst du es mir zurück? Nein, aber ich lade es auf, wenn ich fertig bin. Das musst du nicht. Das ist dein Buch! Von Lane Smith. Das ist dein Buch. Bis zum nächsten Mal.